Hallo, hallo, hallo. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du hattest heute einen schönen Tag. Und ich hoffe natürlich auch, dass du schon ein bisschen, ein glitzer, 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 kleines bisschen müde bist, weil ich dir heute beim Einschlafen helfen werde, denn ich werde mich heute so lange um dein Gesicht kümmern, bis du eingeschlafen bist. Vielleicht passiert das schnell oder langsam. Wir werden es dann später, später, später sehen und bemerken. Aber ich möchte, dass du dich jetzt voll und ganz auf mich konzentrierst. Auf, vor meine Finger, die dein Gesicht, Gesicht, Gesicht streicheln. Und ich hoffe, es wird dir gefallen. Ich habe heute nämlich auch ganz, ganz viele verschiedene Gegenstände, Gegenstände, mitgebracht, mit denen ich dein Gesicht, Gesicht, Gesicht streicheln werde. Und natürlich haben wir auch ein bisschen was für deine Ohren. Deine dunkle Ohren. Und ich hoffe, das wird dir gefallen. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Wir machen das heute ganz, ganz vorsichtig. Absolut vorsichtig. Damit wir das ganze Potential deiner Anspannung ein bisschen so ausschöpfen können. Und vielleicht hast du schon bemerkt, heute fühle ich mich besonders süß und hübsch und cute. Kürt, 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 kürt. Ein bisschen. Da 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 Na 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 Good now So Perfect Perfect Then Da Haben wir diesen wunderschönen wunderschönen flauschigen Pinsel Flauschigen Pinsel Pinsel Wunderschönen Den lieben wir auch, oder? Ja Da fühlt man sich fast so als, ähm, ja würde man ein bisschen so über eine Wolke schweben 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 Ein bisschen spann dich Wunderbar 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 Dein, dein Gesicht, Gesicht zu streichen und dich abzuholen von diesem stressigen, vielleicht stressigen Tag. War mein Tag stressig, es ging eigentlich, ich bin eigentlich sehr gut in den Tag gestartet, deswegen kann ich ja meine Entspannung hoffentlich auf dich übertragen. Wunderbar, 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 Wunderbar. Ich glaube, hier glitzert schon alles. Das sieht echt ein bisschen fancy aus, oder? Das muss man schon, schon zugeben, oder? Ja, ich bin schon, ich finde, ich bin schon. Oh ja, ich habe hier noch was Cooles. Damit kann ich auch dein Gesicht ein bisschen sträucheln und massieren. Dann ziehen wir uns mal an. Okay. Oh. Vielen Dank. 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 No... Okay... 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 Und... Okay... 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 Genau... Okay... 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 Okay...